auch ich brauche ich habe ich nicht gesagt nur Wort das war unerwartet das war die Storywendung ganz schön weil die leuchtung war eine extra Welt deswegen die mehr weil nicht das sind wir auch noch zu den Leuchten reingehen Herr gar nicht der Pilz hier das ist Scarlett Alter sie verkranken das ist der auf eingehen alle den Bogen das wird ich bin nicht nicht die 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 verstorben und dann geht sie weg was er ist wenn wir die richtigen Antworten schießt weiter was müssen wir denn hier aufsammeln das war mein Kumpel es gibt es aus dem Ort neuerl und war ich hier sein welcher Blutnant Hoffmann Töten den Baller ich gerade auf das weiß ich will war also heute ist am Arsch Hoffmann ist auch gleich am Arsch der es geben die 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 schädig stimmt ja die Schnellreisefunktion der blinken der Schnellreisefunktion woher dann braucht man das dlt doch heute Abend durch weil er nicht mehr so lange ist die die Medien so acht Leute am Rand g die die auch der Wurm ob er sich sieht man ihn sieht man ihn er ist doch das Geld der Wurm ich glaube sie kann ihn bändigen wegen irgendwas kommen sie kurz runter oder springst du runter kann ich schon mal rausfahren nur verkaufen das war knapp ich habe hier gerade noch so auf letzten Messerschneider ohne ich hake fest hmm der strahl sieht extrem scheiße aus what the fuck hier neustisch konnte bitte so riesig bitte so riesig und sieht richtig geil aus richtig geil aus da ich bin wir sind gefressen Alter das hätte ich echt nicht erwartet und ich wette es gab es hier drinne wo gehst du gerade hin wie heißt das die Levitin Leer was ist Leer Leber oh yeah was Waffen-Ottoman nice wenn du an Mord denkst dann denk an Markus Milizieren nicht sterben ich brauche ein Geld für den Korin des Verschlebt werden ich glaube es ist echt in denn der Magen Magen aber die ich und neun kennst du dennoch aus dem ersten Teil da war das größer und wir mussten die Augen aufbauen nötig ist man nicht in Warteln muss so tun ich brauche Prozent und ich lege mir so ein bisschen obwohl es für die Schilder sein wird also da sind die Bünder Reck auf ihn die Spawner die Spawner wenn wir gleich Komponenten zwischen Seckens immer schön mit dem okay er wird auf sie wir schon mit dem SMG drauf Menschen dass der Wurm erstmal Moskau frisst ach ich bin in Amara gesäubert da wo wo ist sie da A1 die Kurs ist die Dieb aus diesem ich habe eine Pistole genommen das stand so fett und mit dem rot wo immer so Feuer schaden so steht die so ich glaube wir müssen hier wieder hoch durch die säure gehen wir weiter so geil wenn wir da ausgesucht werden ja dies ganz nice guck mal wie die schießt so schnell wie schießen kann willst du die haben also ich hab's jetzt gegen meine schlechte sniper getauscht weil ich glaube dass man damit was machen muss sonst hätte sie ja nicht so dumm darauf angewiesen richtig geil wenn wir das so kitzeln müssen damit es aufgeht wie heißt das hier vor mir aus alter du ruhig war voll drauf macht nichts ich glaube nur in seinem und oder die blauen Dinger vielleicht ich guck mal die blauen Dinger das noch mal ich habe in seinem und Schuss es bringt nichts die blauen Dinger bringen was da sein Mund am Rantzio auch links kommt immer die sind der Fett alter ich kaum dauern müssen auch er alle blauen Dinger enteinander ich mache die Augen im Marsch aber nur bei der Roboter der Waschung angreifen muss 0 aber ich bin ich bin in irgendeinem Punkt direkt neben dem Meer aber ich habe richtig gute Sicht auf sein Herz der Jungen ja ich auch ich bin da auch die ganze Zeit drauf das macht voll Feuer schon aber ich bin hier oben gut gemacht Boah alter ich glaube Brand ist gegen die ganz gut ja ist gut nur so kürzlich wo ich bin dort tot ich bin dauernd kannst du mich riskieren ich bin dauernd die sind die Dürmer die Woche ich habe ein Grund zu kriegen und dann werde ich jetzt mal auf den Fernseherzimmern ich bin auch noch so als es gesehen hat in der Einführung der Zwecke aber ich habe das schon ganz oft dran geschossen okay ich konzentriere mich auf seinem Mund das sind das da wegkriegt hat sagt ja doch aber es macht trotzdem ja und nein es ist aber nicht darum werden gleich das Domus explodiert ist nur noch der Mund Nehom ist es auch genug mir das habe ich wo wir viele Würmer sind das sind da kommt macht der Mund auf den Spasskuh er hat der Revolver der Züge durch der ist ganz schön nützlich gewesen dafür wir kommen auf den Mund auf dem Blüderbohr dafür müssen wir okay es ist echt easy mit dem Robo das echt neues mit der Revolver von Scarlett so ist mit dem und auch noch ein Wurm noch ein paar Wimmer okay ich bin dass ich über eine andere Waffe erstmal aber Säure macht den die Säure resistent fuck so kommt es auf dem Mund auf ja ich glaube er macht den Mund auf das ist das jetzt schon wieder von Wurm Sandwurm Königin darauf bist du los nur zwei Schuss mit der Rocket Launcher so jetzt aber noch ein Sandfunk wenn du mit dem das ist so jetzt ist schon wieder vor Führer was die Welt die geschehen ist not the fact darüber und sie bei uns der dritte Aussie der Untertitel verliebt das Leben wir sind wohl mehr ziemlich krass eingeschwächt und jetzt ist er da um okay was soll ich das sein es ist gar nicht nicht zu überlegen klar die Kopfstimmung welches hat sich das kommt noch ein bisschen nicht so wird unterspringen neben sich über seine Flosse gehen altert sie immer rein das sind die Zunge Oh oh, sind das Aliens? Ja, irgendwie künstlich, nicht wahr? Und weh! Andererseits, du hast es jetzt gut zu Ende erzählt. Für eine kleine Drecksweise. Bitte, Alienwaffen. Ja, keine Ursache. Irgendwer muss diese Story schließlich mal erzählen, wenn ich nicht mehr da bin. Warum nicht du? Ja, ich hab dich lieb, Markus. Das ist schräg. Philipp Herbert. Kyle King. Kyle King ist okay. Jiff McPhee. Jiff. Choo Nguyen. Rick Porter. Josh. Jett Sehret. Jett Sehret. Jett Sehret. Eric Sexton. Leo Sieben oder schon. Tim Weich. Ah nee, Welch. Jennifer Wildes. Frau Busten. Elwood. Jasmin DeVore. Kurt Cobain. Jeffrey Mitchell. Joe. Isierlo Zwang. Noée Gelliger. Jesus. Elias. Herbert. Nuprient. The Pirate. Brätsch Conservfreude. Beth what the fuck? um uns in das Leben das noch immer so ist am Ende am Anfang mehr in den Aus und gewartet für die BW wir gucken es war nicht direkt alles aufnehmen ja ich bin bei der Sohn Prüster Ruhe immer für die Waffe aber es war ein bisschen immer mehr an den ersten Teil dann genauso ho 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 Nein. Springst du da gerade hoch? Ja.